Es ist wieder so weit Künstler, helfen Künstler. Wir haben diese Rubrik wieder aufgenommen. War eine Zeit lang ja Ruhe. Wir hatten ja Wendler gegen Wendler gemacht, Sat.1 und alles. Und jetzt halt 50 Jahre Haffir Patrick Naumann, ein Schlagersänger aus Parteya, entgeht der Todesstrafe und sitzt nun im Hotel K, Zelle 7, Block B. Sie machen jetzt Videos, weil auch Benni Beiler, ich bin noch nicht so informiert, das sind so vorankündigt. Ja, wo bist du? Die ist schon durch. Die ist schon durch. Ja, ja, ich werde leider immer unterbrochen. Also die richtige Sendung, meine lieben Damen und Herren, auch Patrick, auch Benni. Die richtige Sendung wird gemacht. Künstler helfen, Künstler, wir kriegen das schon hin. Wir machen eine tolle Sendung, Live-Schaltung und so weiter. Es ist vieles passiert. Es passiert halt, was ihr nicht wisst, weil ihr in Zelle 7, Block B, im Hotel K seid. Ihr seid halt in dem berühmtesten Knast von Indonesien, aber wir erleben das täglich hier bei Netflix, wir erleben es täglich hier live. Ja, hier ist Deutschland, ich weiß. Aber Deutschland braucht auch von der Wiege bis zu wahre Formulare. Und die deutsche Justiz ist auch nicht so einfach. Nichts ist mehr einfach. In Indonesien mit den ganzen Transfers, die man da braucht, die Abkommen, die es gibt. An sich gehören Deutsche in Deutschland. Wir müssen Frau Merkel ansprechen, wir müssen Herrn Steinmeier ansprechen, als Künstler helfen Künstler. Und versuchen mit Herrn Steinmeier und mit Frau Kanzlerin, die 2015 die Tore geöffnet. Wir sind ja jetzt voll. Wir sind 10 Prozent hier. 10 Prozent, 1,4 Millionen sind hier mehrsprachig. Da sind auch Indonesier dabei. Und wir wissen, wie Indonesien reagiert, wenn die hier blockweise richtig Stimmung machen werden. Auch gerade hier wieder einsetzt. Ist normal. Also Indonesien ist uns bekannt, Netflix aber auch. So, bei Netflix sehen wir dann tagtäglich die Schutzerpressung, dass die Leute dann auf den Weg gebracht werden und so weiter. Das ist natürlich Film. Die raue Realität sieht natürlich dann böse aus. Ist klar. Die raue Realität bringt natürlich etwas ans Tageslicht. Was man nicht gerne so hätte. In Block 7. Block B. Till 7. In Hotel K. Kommen wir alles nur hin. Wir machen jetzt erstmal, die beiden Jungs machen erstmal Video. Wir helfen dabei. Sie haben jetzt die Plattform bekommen hier bei Facebook. Bei Facebook Künstler helfen Künstler. Da dürfen alle rein sprechen, miteinander sprechen. Über Facebook kann man ja auch live. Live Schaltungen. Wir werden jetzt Künstler helfen Künstler ist jetzt, wie gesagt, on air. Und so einfach ist es nicht. Also auf die Seite Facebook. Künstler helfen Künstler. Da, wie gesagt, wird alles live geschaltet. Eine Live Sendung gemacht. Darüber wird gesprochen. So. Irgendwas muss man ja machen. Irgendwas muss man machen. Und wir helfen dabei. Wir müssen erstmal den Nenner finden. Wir wissen ja alles darüber Bescheid. Wir haben schon alles gelesen. Wir haben auch eine Menge schon ausgedruckt. Wir können nicht alles ausdrucken. Ich meine, das Netz ist voll. Das Netz ist voll über Benni und über Dieter. Aber ja, es ist voll. Es ist voll. Man braucht nur googeln. Dann kann man alles lesen. Weil schon jeder Journalist hat sich das ja schon gegriffen. So jetzt, nach Jahren, wo das an sich alles gelaufen ist, jetzt eine wunderbare Sendung daraus zu machen. Gut, jetzt könnte man sagen, gut, bleibt Insassen. Und wir machen jetzt jahrelang eine tolle Sendung als Insasse. Aber uns liegt es an sich daran, Deutsche wieder nach Deutschland zurückzuholen. Wenn die Strafe dann abgebüßt werden soll, dann bitteschön hier in Deutschland daran arbeiten. So einfach ist es nicht. Weil Indonesien will natürlich, ist halt so. Noch einmal. DJ Valdez. The first award in Malaysia. Ja. Der wird mit der Armee beschützt, der junge Mann. Ja. Der wird mit der Armee beschützt. Wir wissen also, was da los ist mit Schutzgeld, Erpressung und was weiß ich nicht alles. Ja. Und Leute, die gutes Geld machen als Künstler. DJ Valdez is the first award. Ja. Der ist ein erster, in den ersten Charts. Hier in England. Ja. Ist er vertreten. Hier in Deutschland halt nicht, weil die Landessprache. Aber in England ist er. So. Und der wurde auch hier beschützt. Und so weiter. Der hat auch erzählt, was da abgeht. Deswegen wissen wir, was abgeht. Natürlich für die, die jetzt schon im Block BZ7 sitzen hinter Gitter. Die haben natürlich nicht so viel Spaß. Da hilft auch keiner. Ist auch nicht. Die Armee passt da auf. Es ist halt geschehen. Durch Schutzgelderpressung, durch, ja, durch harte, durch harte Äußerung ist es halt geschehen. So. Wir versuchen es. Ihr seid jetzt hier auf dieser Seite. Kurz und bündig. Wir entwickeln das jetzt Ganze. Zwei Münchner auf Bali. Und wir entwickeln jetzt Künstler helfen Künstler. Und wie gesagt, wir machen eine tolle Sendung. Im Moment sah es so chaotisch aus. Aber es ist ja nicht chaotisch. Wer sich für diese Story interessiert, der geht zu Google und fängt an. Der gibt oben ein bei Google und, ja, dann bekommt er hier solche Sachen hier. Welcher Flug. Was geschehen ist. Wie viel Beutel. Und alles, ja. In Indonesien ist das normal. Diese Schutzgeldgeschichte da. Wie gesagt, einfach nur Netflix gucken. Die ganzen Serien. Genau was wir da sehen, tagtäglich in der Dramaturgie des Spielfilms. Besonders in den Serien bei Netflix, die extra für Netflix hergestellt werden. Die zeigen doch nur diese Art von Brutalität. Wer privat in diese Brutalität hineinkommt. Wer dort hineinkommt. Der hat genau das, was er jetzt da hat. So. Und wir können da wie gesagt reinschreiben. Den Spielerkönig Salomon, Staatssidiater Ulm. 15 Jahre seines Lebens ohne Tadel und Fehler und alles. Ja. Man kann 100 Jahre seines Lebens ohne Negativ plötzlich nur eine Sekunde. Nur eine Sekunde schon ist alles daneben. Wir wissen, wovon wir reden. Deswegen heißt es ja bei uns Künstler helfen Künstler. Wir wissen es. Ein Federstrich. Und schon ist das ganze Bild zerstört. Und man muss wieder von vorne anfangen. Das mal dazu. Also wie gesagt. Künstler helfen Künstler. Ich will hoffen, dass sie sich selbst dort verbreiten. Auf dieser Seite. Bei Facebook. Und wir werden Künstler helfen Künstler wieder auferleben lassen. Nicht nur bei Wendler gegen Wendler. Ich hatte mit dem Wendler telefoniert. Er sagte auch. Da kommt was Neues. Und also. Kann sein, dass wir das hier machen. Wendler gegen Wendler. Oder halt vor allen Dingen jetzt erstmal die zwei in Bali. Der Benni und der Dieter. Und dann schauen wir mal was dabei rauskommt. Wir helfen. Wir unterstützen. Wir können auch versuchen mit Herrn Steinmeier. Mit Frau Merkel. Das sind ja die höchsten, die da irgendwas bewirken können. Die können was weiterleiten. Durch diese Weiterleitung kann das schon mal ein bisschen angehoben werden. Das ganze. Weil wenn man direkt zum Amt schreibt. Wenn man direkt diesen Weg geht. Das dauert. Das dauert. Ist halt so. Können wir machen. Schauen wir mal. So wie gesagt. Das hier ist noch nicht die Sendung. Das war die Ankündigung. Ich war auch viel zu stark zwischendurch unterbrochen. Und durch das Unterbrechen komme ich dann manchmal vom roten Faden weg. So. Ich wollte es nur ankündigen. Künstler helfen Künstler. Das war die Ankündigung. Geht auf die Seite. Facebook. Wer sich dafür interessiert. Für alle Künstler. Die selber in solche Bedrohungen kommen. Die selber irgendwo rumhängen. Ey man. Da ist da was. Wir helfen. Wir helfen. Wir versuchen das. Wir machen eine tolle Sendung daraus. Wann wir damit starten. Weiß ich noch nicht. Weil wir sind sechs Stunden Unterschied. Wir haben jetzt zwölf Uhr. Wir haben jetzt zwölf Uhr mittags. Und wir sind jetzt sechs Stunden weiter. Ich weiß nicht. Ist es spät abends jetzt dort. Ja. Ist noch früh. Ich weiß jetzt 19 Uhr rum. 19, 20 Uhr. Also ich. Ja. Ich weiß ja nicht den Zyklus. Den kenne ich halt auch noch nicht. Wie dort der Zyklus ist. Also auf dem Weg begrüße ich erstmal alle. Schauen wir mal was wir da auf den Weg bringen. Also irgendwie müssen wir da was machen. Wir müssen da was machen. Ab nach Hause. Ja. Ich muss wieder vorwärts gehen. Wir lassen Künstler nirgendwo hängen. Auch nicht bei River Kwai. Wenn ihr versteht was ich meine. Ja. Eine Brücke von Bali nach Deutschland. Wir versuchen das. Okay. Wir sind jetzt die Brückenbohrer. Künstler helfen Künstler. In Not. Oder bei ihren Ideen. Hat man natürlich eingestellt. Habe ich auch gesagt. Weil. Mehr Undank. Wie Dank. Wenn man einem Künstler hilft. Zu Tage. Ne. Also. Wir haben hier viele Sachen gedreht. Wo wir nachher reichlich Geld reingesteckt haben. Und so weiter und so fort. Aber. Wie gesagt. Ab sofort. 4. Juli. 2018. Machen wir es wieder. Künstler. Helfen Künstler. Und. Wir werden versuchen. Den Höllentrip Bali. Als Sendung. Den Höllentrip Bali. Hotel K. Zelle 7. Block B. Ich meine. Ich finde es ja gut. Dass die Räumlichkeiten haben. Zu kommunizieren. Wir finden es gut. Dass Benni. Und Patrick. Jetzt. Diese neuartige Geschichte machen. Bei YouTube. YouTube. Ist aber. Nicht das. Wir müssen ja gucken. Dass Zuschauer. Dass Zuschauer. Dass auch Künstler. An sich. Ist es gedacht worden. Für ältere Künstler. Die halt. In gewissem Alter. Von der Bühne. Vom Film. Abgegangen. Sich mit dieser Technik. Nie. Auseinandergesetzt haben. Sondern. Vor der Kamera gestanden haben. Dramaturgie. Oder vom Mikrofon. Gestanden haben. Aber den Hintergrund. Wir sind ja der Hintergrund. Wir sind ja die. Die das alles machen. Und jetzt. Mein einer als Medienkanzler. Ist natürlich jetzt hier vorne. Und. Macht es. Als Medienkanzler. Und. Kümmert sich auch darum. Er kümmert sich darum. Ähm. Dass Künstlern. Dass Künstlern geholfen wird. Bei ihren Projektideen. Jungen Künstlern. Älteren Künstlern. Oder halt. Wenn sie in Not geraten. Dass man dann schaut. Was kann man da machen. Welchen Weg. Kann man da. Der Medienkanzler hat die Zeit dazu. Der Medienkanzler kann sofort eingreifen. Der Medienkanzler ist ja sein Beruf. Medienkanzler zu sein. Zu helfen. Ich habe auch gerade jemandem geholfen. Und sage ich. Lass das sein. Der nahm an. Ich höre ja erstmal zu. Und durch das zuhören. Erkenne ich. Hier stimmt was nicht. Die Künstlerin. Wollte ein Handy erwerben. Für 100 Euro. 100 Euro ein Handy. Nein. Ein Smartphone. Handy ist ein Taschentuch. Also ein Smartphone für 100 Euro. Sag ich. Was denn für eins. Das S9 plus Galaxy. Ja sag ich. Für 100 Euro. Alles klar. Hier stimmt aber nicht. Wie gesagt. Angerufen etc. Bestellte sich auch nachher heraus. Ein Gauner. Der hat das angeboten. Für 100 Euro. War aber nie zu erreichen. Und so weiter. Ein Händler ist immer zu erreichen. Ja. Und für 100 Euro gibt es kein S9. Auf keinen Fall. Erst recht nicht das. Ja. Hat sie sich auch bedankt etc. Die andere Künstlerin. Die hat da ihr Passwort verschludert. Habe ich ja auch geholfen. Sie hat ja was mehr mit Peru zu tun. Und Kunstrichtung für Jugendliche. In Peru macht sie. Ja die Künstlerin. Sie macht auch Klassbetreuung. Ja. Sie hat ihr Alter. Ähm. So eine Kirchenorganisation. Und so ist also auch eine Künstlerin. Die sich da engagiert. So dann wurde ihr auch gerade geholfen. Damit ihr jetzt wisst was heißt Künstler helfen Künstler. Ähm. Also nicht nur die Haken Nummern werden hier gezogen. Auch die normalen werden hier täglich abgehandelt. Jetzt haben wir eine harte Nummer. Jetzt müssen wir den Höllentritt Bali. Irgendwie auf den Weg bringen. Vielleicht fangen wir mit A an. An dem Tag. Hä. An dem Tag wo Konikrama starb. Ja. Waren auch solche Sachen. Also war schon lange her. Ja. Okay. An dem Tag wo es passiert ist. Schutzgelderpressung. Dann der Weg. Mit Alkohol eingeflossen. Das passt ja alles nicht. Rausgewürgt. Ist klar. Wenn man dann beim Zoll so aufläuft. Äh. Wird man gesichtet. Ja. Und die Polizei geht dann mit einem nicht gerade gut um. Das war der Flug FD 396 von Bangkok nach Denpasar. Ja. An Bord war Patrick Naumann. Im Bauch diverse Kapsel mit 328 Gramm Kokain. Ging nicht gut. Ne. Ging nicht gut. Ja. Bei den Kontrollern sind sich der Drogenfund gefunden worden. Dann ging es direkt Erlebnispark, Knast etc. Und dieses Erlebnis, dieser Erlebnispark war nicht gerade lustig. Überhaupt nicht lustig. Und das jetzt in Szene zu setzen. Das Ganze müssen wir mal schauen. Wir müssen uns mit Patrick unterhalten wie er es gerne hätte. Wie die Sendung ablaufen soll. Dann schauen wir mal. Wie gesagt. Geht auf die Seite. Künstler helfen Künstler bei Facebook. Schaut euch alle an. Geht nach YouTube. Schaut es euch an. Zwei Münchner auf Bali. Korrespondiert mit ihnen. Unterhaltet euch mit ihnen. Schaut es an. Ja. Es sind nun mal Künstler. Die jetzt leider momentan da verweilen. Wir versuchen da ein bisschen was zu drehen. Dass die endlich nach Hause kommen. Ja. Es gibt ja genügend Sachen. Die an sich schon in trockenen Tüchern. Aber in Indonesien. Und Indonesien will nun mal nicht. Das haben wir auch beim DJ Valdez erlebt. DJ Valdez wurde immer mit Soldaten geschützt. Wenn der Musik gemacht hat. Und ja. Also wir wissen worum es geht. Sechs Tage Knast wegen Kaugummi. Spucken auf die Straße. In Indonesien ist das Leben anders. Passt bitte auch. Besonders. In dem sogenannten. Ja. Lassen wir uns mal. Also. Wir kümmern uns drum. Wir machen eine tolle Show. Denkt dran. Künstler helfen Künstler. Das Plakat wird wieder aufgehinkt. Wir nehmen diesen Rubrik auf. Wir machen eine Sendung daraus. Jetzt ist das noch keine Sendung. Das ist nur eine Ankündigung. Und dass wir die Sendung machen. Ich muss noch mit einigen sprechen. Ob die mitmachen. Weil mit Künstlern ist so eine Sache. Wir haben ja unsere eigene Sache. Das läuft. Star Wars. Das läuft. Das macht Spaß. Aber mit Künstlern immer arbeiten. Wendler gegen Wendler. Ich kann es euch sagen. Sat.1 und das alles hier. Ich habe hier genügend Künstler. Wirklich genügend Künstler. Die hier aufgetreten sind. Und so weiter und so fort. Okay. Es ist eine harte Nummer. Harte Nummer. Schauen wir mal. Höllentrip Bali. Versuchen wir mal. Wir versuchen das Beste daraus zu machen. Also. Kopf hoch. Viel Spaß. Schöne Grüße zu Bali. Wir sind sechs Stunden unterwegs. Ihr habt jetzt 21 Uhr. Ich weiß nicht ob ihr wach oder nicht wach. Keine Ahnung. Ich kenne noch einen Zyklus noch nicht. Wir sollten uns mal darüber unterhalten. Wie die Sendung ablaufen soll. Dann ziehen wir das durch. So. Jetzt verabschiede ich mich. Künstler helfen Künstler. Also Leute. Wenn ihr Sorgen habt. Meldet euch. Dann schauen wir mal. Was wir da machen können. Wir werden jetzt eine Sendung hochfahren. Künstler helfen Künstler. Ich muss nur noch ein paar Sachen anrufen. Ich muss noch ein bisschen anrufen. Ein bisschen nachfragen. Wie wir das machen. Was das für eine Sendung werden soll. Ihr braucht dann euer Material. Oder ihr kommt selbst vorbei. Wie damals. Wendler gegen Wendler. Oder Mädchen ohne Hände da. Grimms Märchen 49. Oder Musical. Was da mal war. Das waren andere Zeiten. 1, 2 und 3. Oder QVC. Das sind andere Geschichten. Das hat mit Helfen nichts zu tun. Das ist ein Verkaufssender. So. Also wie gesagt. Künstler helfen Künstler ab sofort. Mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen. Ich lese alles nochmal durch. Wie gesagt. Und. Machen wir. Ziehen wir durch. Alles klar. Bis zum nächsten Mal.